Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Da ist noch ein Glück, das Heidel. da braucht man mit dem Motor so falls ihr da euren Ballon verstecken wollt ich hab das mal getan wird keiner euren Ballon finden das sag ich euch bei mir hat ihn auch noch keiner gefunden die müsste nämlich so und dann hier auf diesem Haus und dann was ist eigentlich ein Fass dann müsst ihr nur auf so ein Ding rauf fahren so wo sind denn komm schon wann durch den Boden mal schauen ob ich das hier hinbekomme so ich hab einfach immer den Trick ich probiere es euch wenn wir das geschafft haben können wir auch noch mal Ballon wenn ihr Lust drauf habt so komm schon ey wieso krieg ich das nicht mehr hin guck guck da guck 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 Come on, man! Ey. Langrätig, so wie du das hier? ich probiere schon zwei minuten lang von morgen So bitte mach jetzt. Lack, lack, ho ho ho. Lack, ho ho ho. Lack, ho ho ho. Lack, ho ho ho. Und ihr habt es gesehen, wie lange ich gebraucht habe. Lack, ho 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 ho. Lack, ho 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 ho. Lack, ho 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 ho. Lack, ho 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 ho.